Hallo zusammen, Fantasy und Sci-Fi haben ein paar blöde Angewohnheiten, die man versuchen sollte zu umgehen, wenn man selber ein Autor oder ein Worldbuilder ist. Nehmen wir hier als Beispiel einfach mal die Welt von World of Warcraft. Die Menschen basieren relativ offensichtlich auf dem mittelalterlichen Europa oder zumindest einer idealisierten Version davon. Und man könnte jetzt theoretisch argumentieren, dass die Nachtelfen und die Zwerge auch zu einem gewissen Grad auf dem mittelalterlichen Europa basieren. Und dabei würde einem auffallen, dass die Dunkelelfen nicht super europäisch aussehen. Allerdings würde ich da als Konter anbringen, dass in den beiden Originalspielen, also Warcraft Orcs vs. Humans und Warcraft 2 Tides of Darkness, die Elfen und Zwerge im Grunde einfach nur andere Version von weißen Mitteleuropäern waren. Die einen mit spitzen Ohren, die anderen mit etwas dickeren Nasen und kleinwüchsig. Das heißt, für die Zwecke dieser Argumentation sagen wir einfach, Elfen und Zwerge sind verschiedene Geschmacksrichtungen von weißen Typen. Trolle basieren aufgrund des Akzents, den sie haben oder aufgrund der Religion relativ offensichtlich auf Jamaika. Und in den neueren Erweiterungen sind ein paar mesoamerikanische Elemente mit dazu gekommen, also ein Azteken- und Maya-Design. Das heißt, ich würde argumentieren, dass Trolle von dem hier gelb eingefärbten Bereich inspiriert wurden. Die Tauren basieren relativ offensichtlich auf amerikanischen Ureinwohnern, inklusive den Federn auf dem Kopf und den Schamanismus und so weiter und so fort. Pandaria basierte sehr offensichtlich auf China, aber hat ein paar andere ostasiatische Elemente. Drenai würde ich aufgrund der Akzente, die sie haben und aufgrund der Kultur in diesen osteuropäischen Bereich einordnen, mit einem gewissen Schuss an Romani und anderen wandernden Völkern dazu. Und ich glaube, desto weniger ich über das Design von Orks und Goblins sage, desto besser. Das heißt, wenn man das Ganze von einem gewissen Blickwinkel betrachten möchte, sieht das nicht aus wie verschiedene Spezies, die in einer Welt zusammenleben, sondern es sieht sehr stark aus wie wir und die Andern. Europäische Kulturen oder die Fantasy-Version davon werden als verschiedene Richtungen von weißen Typen dargestellt und andere Kulturen werden als Tiere und Monster dargestellt. Das ist eine Praxis, die sich Othering nennt. Und um ein extremes Beispiel zu geben, wenn wir uns das Cover von Warcraft Orks vs. Humans ansehen, haben wir auf dem einen Ende den weißesten Typen, den ich je gesehen habe, der gerade als Kreuzritter cosplayt. Und auf der anderen Seite haben wir eine Kombination aus rassistischen Karikaturen und tierischen Elementen. Natürlich ist das die extremste Bad Faith Interpretation, die ich mir vorstellen kann. Realistisch gesehen wurde Warcraft einfach von Nerds entwickelt, die den unabsichtlichen Rassismus von Tolkien übernommen haben, nachdem er durch andere Werke wie Warhammer und Dungeons & Dragons gefiltert wurde. Aber es lässt sich nicht verleugnen, dass Fantasy und zu einem gewissen Grad Sci-Fi das Problem haben, dass Inhalte, die von vorherigen Autoren aufgebaut wurden, einfach blind übernommen werden, ohne dass neue Autoren überdenken, woher diese Elemente kommen und welche Ursprünge sie haben könnten. Und das kann dazu führen, dass man damit unabsichtlich andere Gruppen ausgrenzt, auch wenn das niemals die Absicht von den Autoren gewesen ist. Also stellt sich mir jetzt die Frage, wie kann man das umgehen? Und die Antwort ist, wenn wir im selben Kontext bleiben wollen, relativ einfach. Wir müssen zeigen, dass nicht-menschliche Rassen europäische Kulturen haben können und wir müssen zeigen, dass nicht-europäische Kulturen auch menschlich sind. Allerdings ist das natürlich nur für dieses spezielle Beispiel der Fall. Allgemein müssen wir uns bewusst sein, dass wenn wir selber Worldbuilding betreiben oder selber künstlerisch tätig werden, dass gewisse Tropes und Elemente, die in einem Genre existieren, zu einem gewissen Grad schädlich sein können, eben weil sie aus Weltsichten und Ansichten resultieren, die heutzutage einfach nicht mehr vertretbar sind. Das heißt, ganz allgemein gesagt, sollten wir hinterfragen, welche Elemente wir in unsere Welten einbauen und warum wir sie einbauen. Und so kann man eventuell auch mit Elementen, die auf den ersten Blick sehr schädlich wirken, ein bisschen rumspielen, um die Tropes zu umgehen oder umzukehren, die dort existieren.